Moin Leute, hauen Sie zum Vlog in Wack rein. Wir sind jetzt auf einmal in einer Woche hier. Ich bin der Loras Zenger. Das ist der Pauli. Ja, ich bin der Pauli und ich habe die Musik angemacht. Hoffentlich wird es lustig. Wir sehen uns dann auf der Piste. All I know So unreal Watchin' go I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to lose it all But in the end, it doesn't even matter Kurz in Zwischen und Fazit Schnee technisch Ja, Schnee ist geil zwar zu fahren, aber er ist ziemlich sticky Ich muss auch was sagen Hier findet man 100% voll Ja, Schnee ist geil Ja, Schnee ist geil Ja, Schnee ist geil Was geht Leute? Vlog update Ich muss sagen, heute ist nicht so ein geiler Tag Schlechtes Wetter, Nebel und sehr viele Mugeln Ich hoffe, dass das morgen ein geiler wird Bis nachher Tschüss 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 Schlecht H- congrat Jo, wir werden jetzt schwimmen gehen und wir schauen mal, was wird. Was wird? Genau. So, wir werden jetzt schwimmen. Jo, also Schwimmbad war jetzt gut und es ist auch gut, dass wir jetzt schon gegangen sind. Wir haben auch nie wirklich anstehen müssen jetzt vom Rutschen, aber ich hoffe, das hätte sich jetzt geändert. Ach, halt hier wieder, aber es schneit auch schon wieder. Ja, das Wetter gestern war ziemlich scheiße. Heute ist das Wetter eigentlich wieder ziemlich scheiße, glaube ich, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es ein geiler Tag wird. Ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ja, heute gehen wir auf dem Berg, gestern sind wir mit einem Skiling rübergefahren, auf den anderen Berg, hoffen wir, dass der Berg ist. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Einen schönen Skitag und viel Spaß beim Skifahren über zwölf Gipfel und fünf Täler im Snow Space Salzburg. Dankeschön, dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, moin, wir sitzen gerade in der Hütte, entspannt hier ein bisschen, haben gegessen. Ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden oder so gefahren und wir füllen jetzt gleich weiterfahren. Wir haben schon wieder bereit gemacht. Da vorne will noch was sagen. Ja, wir fahren jetzt dann noch vielleicht zum Fahrparkpark, aber ja, wir schauen darauf. Ja, wir fahren jetzt noch mal. Ja, wir fahren jetzt noch mal. Ja, wir fahren jetzt. Ja, wir fahren jetzt noch mal. Ja, wir fahren jetzt noch mal. Musik Der mich jetzt komplett aufs Steißpeinkraut Du hast die Haft gehabt So Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020